So und ab geht's hier in diesem G-Finale und wer erwischt den besten Stand ist 567, das ist Kai Grunwald, er fährt für Ingersheim und er fährt im Moment auf Position 1, obwohl er mit der Auswahl die schlechte Tradenz wurde durchgereicht auf Position Nummer 3. Ich schau, wer kommt mir da als erstes entgegen, das ist die 950, das ist Jona Lahnik, er fährt auf Position 1, er fährt um die Platzierung 9, ja, was ist mit unserer Startmaschine, den Kai Grunwald, er ist mittlerweile auf Position 3 zu Rückenwald, vorne weg, weiterhin die 957, Jona Lahnik. Vielen Dank.